So Leute, heute müsst ihr auf jeden Fall 7 verschiedene Wasserfälle besuchen, ich werde euch jetzt mal alle auf der Karte markieren, hier wäre auf jeden Fall Nummer 1, hier in Loni wäre der zweite, hier wäre Nummer 3, Nummer 4, hier unten Nummer 5, hier oben ist hier auf jeden Fall Nummer 6 und hier Nummer 7 und genau das waren alle Wasserfälle, ihr müsst einfach drauf landen, dann bringt ihr euch einfach um und startet die Runde neu oder ihr besucht halt alle 7 in einem Match, könnt ihr machen wie ihr möchtet, dann würde ich sagen, das war's mit kurzem Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst du gerne einen Daumen nach oben da, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao.